Ich habe große Probleme mit meiner Tochter. Ja, ich muss sagen. Du hast Lade verboten. Immer noch. Du weißt. Du weißt. Was für Probleme? Meine Frau ist tot. Vor zehn Jahren. Ben, nimm Allah. Tut mir voll leid. Ich denke, wenn du Silvie kontrollieren willst, du musst in Basel bleiben. Weißt du? In Basel? Ja. Das ist perfekt. Bei mir kannst du im Lade arbeiten. Dich liebt morgen für Wohnungen. Beim Voltaplatz ist immer etwas frei. Bonjour, jeune homme. Carte mit Identität. Bitte. Was? La carte d'identité. Keine ID-Kontrolle für Kondon. 12,90 €. Säckliwelle? Nein. Was ist los? Junge, gibst du ein Kondon? Nein. Was macht Hermit dieses? Es ist nicht los? Oh, mein Dio. Pardon, es geht nicht. Ich bin los. Was ist problem mit dem Kondon? Adalbert, schon weiß ich. Bist jung, Junge? Zählt nicht. Idee. Führerschein. Pass. Schügelklatskampf. Blasen wir doch in Schuhe, weißt du. Blasen? Adalbert. Du kannst nicht einfach irgendwann doch schaffen kommen. Das nächste Mal. Schlimm kommen.